Weil wir meistens den festen Honig haben. Ich schreibe. Also, wie fühlst du dich? Wie ein Alien. Steh auf, ich will ein ... von den Fuß. Ich fühle mich wie ein Astronaut. Das können wir mal machen. Wir können hier auch mal so machen. Das ist doch schön, man kann es erkennen, das ist gut. Okay, ready? Ready for what? Yes, I am. See some bees. And I'm going to bring the camera with me. Okay. See ya. Bye. Oh, ganz viele. Das ist jetzt ein kleines Völkchen. Guck, sieht genau aus wie die großen. Einen roten Punkt auf ihrem Rücken. Da gucken wir mal. Hier, einmal mit dem Honig. Ja. So, jetzt gucken wir mal hier, ob hier die ... Hier ist nur Honig und keine Brut. Man nennt das nämlich Brut, wie bei den Vögelchen. Das ist ja. Jetzt gucken wir mal, ob hier die Königin drauf zu sehen ist. Da ist ja alles gut. Hier sind mehr Bienen drauf, aber die Königin habe ich noch nicht gesehen. Da ist die Königin. Siehst du sie mit dem roten Punkt? Oh, sie sieht. Wow. Das ist toll. Die ist auch größer als die anderen. Ja. Sie ist ein bisschen beunruhigt. Jetzt geht sie mal gucken, was sind die anderen Bienen. Sie nehmen Kontakt mit ihr auf. Und die hat so einen langen spitzen Hinterleib, dass sie tief rückwärts in die Zellen ein Ei legen kann. Das ist aber toll. So, du sagst mir, wenn du genug geguckt hast. Oh ja, schon genug. Du machst, was du willst. Ah, ja. Du brauchst nicht auf mir lange. Ich bin eigentlich jetzt fertig. Jetzt habe ich dir alles gezeigt. Das war aber toll. Mama. Ja. Hallo Nina. Hey. So, how was it? It was fun. It was very cool. Hast du gehört, Alex? Da brauchst du kein Mittagessen jetzt. Ja genau. Schön. Toll. Ja. Ich habe die Handschuhe hier. Ja. She's disarming herself. Disarming? Mhm. This is my armor. When I'm... Ihr könnt auch versuchen jetzt. Wisst ihr, was ganz nett wäre, wenn ihr Deutsch sprechen würdet? Okay. Ja? Das ist irgendwie höflicher. Ja? Das ist irgendwie höflicher. Schön hat er es hier. Ja, Arme, du hast was. Lassen wir euch mal raten, was das hier ist, Kinder. Wisst ihr, was das ist hier? Kartoffeln. Guck mal da. Oh, toll. Schön, gell? Aber du hast mit den Tomaten gar nicht unrecht. Geh weg. Auch eine Essen. Und das kennen wir ja hier. Das ist ja hier. Für euch. No, there will bees on there. Die Lieblingsblumen an der Mutter. Die hat... Guck dir mal dieses dunkle Pink an hier. Wunderschön. Und die Hummeln. Das heißt, man bedenkt an deine Haut. Aber ich 36. Da hätt ich da mal 36 Kinder in der Klasse. Vielleicht das eine Rie... Der Heinrich ist bei der Abo. Ja. Ja. Ah ja. Und offiziell Nackauf. What's that called there? Nackauf. Ja, genau. Salty Cake. Das ist alles Gucken. Ihr habt noch alles? Ich möchte nichts. Ich möchte nichts. Ich möchte nichts. Oh, wow. Hallo. Ihr braucht nicht immer gucken. Natürlich... Alter. Seitlich, gell? So. Da riechst du mal deinen Rüffel ein, ne? Jetzt gucken wir hier. Hallo! Hallo! Ciao! Hallo! Ich mag das schon so, ey. Wieso mag ich das? Da ich mich... Hallo! Ja, hallo! Gut! Gut! Und, machen wir, wir halten oben rein. I'm alive! Wow! Es ist immer viel dick hier. Und, sie können, glaubt, es käme Milch aus den Fingern. Aber, es merkt, es kommt keine Milch heraus. Oh, machen wir, machen wir. Amerika, von uns grüße. Ja, machen wir auch. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.